Gustav Schwab, die Sagen des klassischen Altertums Zweites Buch, die Argonautensage Gelesen von Hans Zischler Eine Produktion von Lido, dem Hörbuchverlag von Eichborn Jason und Pelias Von Eison, dem Sohne des Kretäus, stammte Jason ab. Sein Großvater hatte in einer Bucht des Landes Thessalien die Stadt und das Königreich Jolkos gegründet und dasselbe seinem Sohne Eison hinterlassen. Aber der jüngere Sohn, Pelias, bemächtigte sich des Thrones. Eison starb, und Jason, sein Kind, war zu Chiron, dem Zentauren, dem Erzieher vieler großer Helden, geflüchtet worden, wo er in guter Heldenzucht aufwuchs. Als Pelias schon alt war, wurde er durch einen dunklen Orakelspruch geängstigt, welcher ihn warnte, er solle sich vor dem Einschuhigen hüten. Pelias grübelte vergeblich über den Sinne dieses Worts, als Jason, der jetzt zwanzig Jahre den Unterricht und die Erziehung des Chiron genossen hatte, sich heimlich aufmachte, nach Jolkos in seine Heimat zu wandern und das Thronrecht seines Geschlechtes gegen Pelias zu behaupten. Nach Art der alten Helden war er mit zwei Speeren, dem einen zum Werfen, dem anderen zum Stoßen ausgerüstet. Er trug ein Reisekleid und darüber die Haut von einem Panther, den er erwürgt hatte. Sein unbeschorenes Haar hing lang über die Schultern herab. Unterwegs kam er an einen breiten Fluß, an dem er eine alte Frau stehen sah, die ihn flehentlich bat, ihr über den Strom zu helfen. Es war die Göttermutter Hera, die Feindin des Königes Pelias. Jason erkannte sie in ihrer Verwandlung nicht. Er nahm sie mitleidig auf die Arme und wartete mit ihr durch den Fluß. Auf diesem Wege blieb ihm der eine Schuh im Schlamme stecken. Dennoch wanderte er weiter und kam zu Jolkos an, als sein Ohrheim Pelias gerade mitten unter dem Volke auf den Marktplatze der Stadt dem Meeresgotte Poseidon ein feierliches Opfer brachte. Alles Volk verwunderte sich über seine Schönheit und seinen majestätischen Wuchs. Sie meinten, Apollo oder Ares sei plötzlich in ihre Mitte getreten. Jetzt fielen auch die Blicke des opfernden Königes auf den Fremdling und mit Entsetzen bemerkte er, dass nur der eine Fuß desselben beschurt sei. Als die heilige Handlung vorüber war, trat er dem Ankömmling entgegen und fragte ihn mit verheimlichter Bestürzung nach seinem Namen, und seiner Heimat. Jason antwortete mutig, doch sanft, er sei Aisons Sohn, sei in Chirons Höhle erzogen worden und komme jetzt, das Haus seines Vaters zu schauen. Der kluge Pelias empfing ihn auf diese Mitteilung freundlich und ohne seinen Schrecken merken zu lassen. Er ließ ihn überall im Palaste herumführen und Jason weidete seine Augen mit Sehnsucht an dieser ersten Wohnstätte seiner Jugend. Fünf Tage lang feierte er hierauf das Wiedersehen mit seinen Vettern und Verwandten in fröhlichen Festen. Am sechsten Tage verließen sie die Zelte, die für die Gäste aufgeschlagen waren, und raten miteinander vor den König Pelias. Sanft und bescheiden sprach Jason zu seinem Ohrheim, du weißt, o König, dass ich der Sohn des rechtmäßigen Königes bin und alles, was du besitzest, mein Eigentum ist. Dennoch lasse ich dir die Schaf- und Rinderherden und alles Feld, das du meinen Eltern entrissen hast. Ich verlange nichts von dir zurück als den Königzepter und den Thron, auf welchem einst mein Vater saß. Pelias war in seinem Geiste schnell besonnen. Er erwiderte freundlich, ich bin willig, deine Forderung zu erfüllen. Dafür sollst aber auch du mir eine Bitte gewähren und eine Tat für mich ausrichten, die deiner Jugend wohl ansteht und deren mein Greisenalter nicht mehr fähig ist. Denn mir erscheint seit lange in nächtlichen Träumen der Schatten des Phrixos und verlangt von mir, ich solle seine Seele zufriedenstellen, nach Kolchis zum Könige Aietes reisen und von da seine Gebeine und das Vlies des goldenen Widders zurückholen. Den Ruhm dieser Unternehmung habe ich dir zugedacht. Wenn du mit der herrlichen Beute zurückkehrst, sollst du Reich und Zepter in Besitz nehmen. Anlass und Beginn des Argonautenzuges Mit dem goldenen Fliese aber verhielt es sich also. Phrixos, ein Sohn des böotischen Königes Athamas, hatte viel von der Nebengattin seines Vaters, seiner bösen Stiefmutter Ino, zu dulden. Um ihn vor ihren Nachstellungen zu bewahren, raubte ihn, mithilfe seiner Schwester Helle, die eigene Mutter Nephele. Sie setzte die Kinder auf einen geflügelten Witter, dessen Flies oder Fell von gediegenem Golde war und welchen sie von dem Gotte Hermes zum Geschenk erhalten hatte. Auf diesem Wundertiere ritten Bruder und Schwester durch die Luft, über Land und Meere hin. Unterwegs wurde das Mäglein von Schwindel überwältigt, sie fiel in die Tiefe und fand ihren Tod in dem Meere, das von ihr den Namen Helles Meer oder Helles Pontos erhielt. Phrixos kam glücklich in das Land der Kolche an der Küste des Schwarzen Meeres. Hier wurde von dem Könige Aetis gastfreundlich aufgenommen, der ihm eine seiner Töchter zur Gattin gab. Den Witter opferte Phrixos dem Zeus, dem Beförderer der Flucht. Sein Flies gab er dem Könige Aetis zum Geschenk. Dieser weihte dasselbe dem Ares und befestigte es mit Nägeln in einem Heine, der diesem Gott geheiligt war. Zur Bewachung des goldenen Flieses bestellte Aetis einen ungeheuren Drachen, denn ein Schicksalsspruch hatte sein Leben vom Besitze dieses Witterfelles abhängig gemacht. Das Flies wurde in der ganzen Welt als ein großer Schatz betrachtet und lange trug man sich auch in Griechenland mit der Nachricht von demselben. Manchen Helden und Fürsten gelüstet es danach. So hatte Pelias nicht falsch gerechnet, wenn er hoffte, seinen Neffen Jason durch die Aussicht auf eine so herrliche Beute zu reizen. Jason ließ sich auch bereitwillig finden. Er durchschaute nicht die Absicht seines Ohrheims, ihn in den Gefahren dieses Zuges untergehen zu lassen und verpflichtete sich feierlich, das Abenteuer zu bestehen. Die berühmtesten Helden Griechenlands wurden zu dem kühnen Unternehmen aufgefordert. Am Fuße des Berges Pelion aus einer Holzart, die im Meere nicht fault, wurde unter Athenes Leitung von dem geschicktesten Baumeister Griechenlands ein herrliches Schiff mit fünfzig Rudern erbaut und nach seinem Erbauer Argos Argo genannt. Es war das erste lange Schiff, auf welchen sich Griechen in die offene See wagten. Die Göttin Athene hatte dazu noch das weissagende Brett von einer redenden Eiche des Orakels zu Dodona gestiftet, das eine Stelle in dem Tafelberg gefand. Das Schiff war auswendig mit vielen geschnitzten Arbeiten geziert. Als das Fahrzeug fertig und die Helden versammelt waren, wurden die Plätze der Argonauten verlost. Jason war Befehlshaber des ganzen Zuges. Tifus war der Steuermann, Linkois, der scharfblickende, machte den Lotsen des Schiffs. Im Vorderteile des Schiffs saß der herrliche Held Herakles, im Hinterteil Pelois, der Vater des Achilles, und Telamon, der Vater des Ajax. Im Innernraume befanden sich unter anderem Castor und Pollux, die Zeus-Söhne, Nelois, der Vater Nestors, Admetos, der Gemahl der frommen Alkestis, Meleager, der Besieger des kalidonischen Ebers, Orpheus, der wundervolle Sänger, Menötzios, der Vater des Patroklos, Tesäus, Nachher König von Athen, und seinen Freund Pairithos, Hylas, der junge Gefährte des Herakles, Poseidons Sohn Euphemos, und Oilois, der Vater des kleineren Ajax. Jason hatte seinen Schild dem Poseidon gewidmet, und vor der Abfahrt wurde ihm und allen Meeresgöttern ein feierliches Opfer mit Gebeten dargebracht. Als alle im Schiffe Platz genommen, wurden die Anke gelichtet, Die fünfzig Rudere begannen ihren regelmäßigen Taktschlag, ein günstiger Wind schwellte die Segel, und bald hatte das Schiff den Hafen von Jolkos hinter sich. Orpheus mit lieblichen Harfentönen und begeisterndem Gesang belebte den Mut der Argoschiffer, lustig fuhren sie an Vorgebirgen und Inseln vorbei, mancherlei Schicksalen entgegen. Als sie einer Insel mit Namen Arezia oder Aresinsel gegenüber waren, flog ihnen ein Bewohner dieses Eilands, ein Vogel mit kräftigem Flügelschlage entgegen. Als er über dem Schiffe schwebte, schüttelte er seine Schwingen und ließ eine spitze Feder fallen, die in der Schulter des Helden Oilois stecken blieb. Verwundet ließ der Held das Ruder fahren. Die Genossen staunten, als sie das geflügelte Geschoss erblickten, das ihm in der Schulter steckte. Der, der ihm zunächst saß, zog die Feder heraus und verbannt die Wunde. Bald erschien ein zweiter Vogel, den schoss Glytios, der den Bogen schon gespannt hielt, im Fluge, sodass der Getroffene mitten in das Schiff herabfiel. »Wohl ist die Insel in der Nähe«, sagte der Amphidamas, ein erfahrener Held, »aber trauet jenen Vögeln nicht. Gewiss sind ihre so viele, dass, wenn wir landeten, wir nicht Pfeile genug hätten, sie zu erlegen. Lasset uns auf ein Mittel sinnen, die kriegslustigen Tiere zu vertreiben. Setzet alle eure Helme mit hohen nickenden Büschen auf. Als dann rudert abwechslungsweise zur Hälfte, zur anderen schmücke das Schiff mit blinkenden Lanzen und Schilden aus. Dann erheben wir alle ein entsetzliches Geschrei. Wenn das die Vögel hören, dazu die wallenden Helmbüsche, die starrenden Lanzen, die schimmernden Schilde sehen, so werden sie sich fürchten und davonflattern. Der Vorschlag gefiel den Helden, und alles geschah, wie er ihnen geraten hatte. Kein Vogel ließ sich blicken, solange sie heranruderten. Und als sie der Insel näher gekommen, mit den Schilden klirrten, flogen ihre Unzählige aufgeschreckt an der Küste auf und in stürmischer Flucht über das Schiff hin. Aber wie man die Fensterladen eines Hauses vor dem Hagel schließt, wenn man ihn kommen sieht, so hatten sich die Helden mit den Schilden gedeckt, daß die Stachelfedern herabfielen, ohne ihnen zu schaden. Die Vögel selbst, die furchtbaren Stymphaliden, flogen weit übers Meer den jenseitigen Ufern zu. Die Argonauten landeten auf dieser Insel. Sie sollten hier Freunde und Begleiter finden, die sie nicht erwartet. Kaum nämlich hatten sie die ersten Schritte am Ufer getan, als ihnen vier Jünglinge im armseligsten Aufzuge von allem entblößt begegneten. Einer von diesen eilte den nahenden Helden entgegen und redete sie an. »Wer ihr auch seid, gute Männer«, sprach er, »kommt armen Schiffbrüchigen zu Hilfe, teilt uns Kleider mit, unsere Blöße zu bedecken und Speisen, unseren Hunger zu stillen.« Jason versprach ihnen freundlich alle Hilfe und erkundigte sich nach ihrem Namen und Geschlecht. »Ihr habt wohl von Phrixos gehört, dem Sohne des Athamas«, erwiderte der Jüngling, »der das goldene Flies nach Kolchis gebracht hat. Der König Aietes hat ihm seine ältere Tochter zur Ehe gegeben. Wir sind seine Söhne, und ich heiße Argos. Unser Vater Phrixos ist vor kurzem gestorben, und nach seinem letzten Willen hatten wir uns zu Schiffe gesetzt, die Schätze, die er in der Stadt Orchomenos gelassen, abzuholen.« Die Helden waren hoch erfreut, und Jason begrüßte sie als Vettern. Denn die Großväter Athamas und Kreteus waren Brüder gewesen. Die Jünglinge erzählten weiter, wie ihr Schiff im wütenden Sturme zerbrochen sei und ein Brett sie an diese unwirtliche Insel getragen habe. Als ihnen aber die Helden ihr Vorhaben mitteilten und sie zur Teilnahme an dem Abenteuer aufforderten, da verbargen sie ihr Entsetzen nicht. Unser Großvater Aietes ist ein grausamer Mann. Er soll der Sohn des Sonnengottes und deswegen mit übermenschlicher Macht begabt sein. Unzählige Kolcherstämme beherrscht er, und das Vlies hütet ein entsetzlicher Drache. Manche der Helden wurden bei diesem Berichte bleich. Peleus jedoch, einer von ihnen, erhub sich und sprach, »Glaube nicht, dass wir dem Kolcherkönige unterliegen müssen. Auch wir sind Göttersöhne. Gibt er uns das Vlies nicht in Güte, so werden wir es ihm seinen Kolchern zum Trotz entreißen. So sprachen sie miteinander noch länger beim reichlichen Mahle. Am anderen Morgen schifften sich die Söhne des Frixos, gekleidet und gestärkt, mit ihnen ein, und die Fahrt ging vorwärts. Nachdem sie einen Tag und eine Nacht gerudert, sahen sie die Spitzen des Kaukasusgebirges über die Meeresfläche hervorragen. Als es schon dunkelte, hörten sie ein Geräusch über ihren Häuptern. Es war der Adler des Prometheus, der seinem Fraß entgegen hoch über das Schiff dahin flog. Und doch war sein Flügelschlag so mächtig, dass alle Segel von ihm wie im Winde sich bewegten. Denn es war ein Riesenvogel, und er schlug die Luft mit seinen Flügeln wie mit großen Segeln. Bald darauf hörten sie aus der Ferne das tiefe Stöhnen des Prometheus, in dessen Lebe der Vogel schon wühlte. Nach einiger Zeit verhalten die Seufzer, und sie sahen den Adler wieder hoch über sich durch die Lüfte zurückrudern. Noch in derselben Nacht gelangten sie ans Ziel und in die Mündung des Flusses Phasis. Freudig kletterten sie an den Segelstangen empor und takelten das Schiff ab. Dann trieben sie es mit den Rudern in das breite Bett des Stromes, dessen Wellen vor der gewaltigen Masse des Fahrzeugs sich scheu zurückzuziehen schienen. So wären wir denn glücklich zum kolchischen Lande gelangt, sprach der Steuermann. Nun ist Zeit, dass wir uns ernstlich beraten, ob wir den König Ayetes in Güte angehen oder auf irgendeine andere Weise unser Vorhaben ins Werk setzen wollen. Morgen, riefen die müden Helden. Und so befahl den Jason, das Schiff in einer schattigen Bucht des Flusses vor Anker gehen zu lassen. Alle legten sich zu süßem Schlummern nieder, der sie jedoch nur mit kurzer Rast erquickte, denn bald öffnete ihnen das Morgenrot die Augenlider. Jason im Palaste des Ayetes Der frühe Morgen vereinigte die Helden zur Ratsversammlung. Jason erhub sich und sprach, »Wenn euch meine Meinung gefällt, ihr Helden und Genossen, so sollt ihr übrigen alle ruhig, doch die Waffen in der Hand, im Schiffe bleiben. Nur ich, die Söhne des Phrixos und zwei aus eurer Mitte, wollen uns nach dem Palaste des Königes Ayetes aufmachen. Hier will ich es versuchen und ihn zuerst mit höflichen Worten fragen, ob er das goldene Vlies in Güte uns überlassen wolle. Nun zweifle ich nicht, er wird die Bittenden auf seine Stärke trotzend abweisen. Wir aber werden auf diese Weise aus seinem eigenen Munde die Gewissheit erhalten, was uns zu tun ist. Und wer kann es verbürgen, dass unsere Worte nicht doch vielleicht in günstig stimmen werden? Hat doch auch früher die Rede über ihn vermocht, dass er den unschuldigen Phrixos, der vor seiner Stiefmutter floh, in den Schutz seiner Gastfreundschaft aufnahm. Die jungen Helden billigten alle die Rede jasons. So griff er selbst zum Friedensstabe des Hermes und verließ mit des Phrixos Söhnen und mit seinen Genossen Telamon und Augias das Schiff. Sie betraten ein mit Weiden bewachsenes Feld, das Kilkäische genannt. Hier sahen sie mit Schaudern eine Menge Leichen an Ketten aufgehängt. Doch waren es keine Verbrecher oder gemordete Fremdlinge. Vielmehr galt es in Kolchis für einen Frevel, die Männer zu verbrennen oder in die Erde zu begraben, sondern sie hängten sie in rohe Stierfälle gewickelt in den Bäumen auf, ferne von der Stadt und überließen sie der Luft zum Austrocknen. Nur die Weiber wurden, damit die Erde nicht zu kurz käme, in diese begraben. Die Kolcher waren ein gar zahlreiches Volk. Damit nun Jason und seine Begleiter von ihnen und dem Misstrauen des Königes Aethes keine Gefahr liefen, hängte Hera, die Beschirmerin der Argonauten, solange sie unterwegs waren, eine dichte Nebelwolke über die Stadt und zerstreute sie erst wieder, als sie glücklich in dem Palaste des Königes angekommen. Da standen sie denn in dem Vorhofe und bewunderten die dicken Mauern des Königshauses, die hochgeschweiften Tore, die mächtigen Säulen, die hier und dort an den Mauern vorsprangen. Querüber standen die zwei Hauptpaläste, in deren einem der König Aethes selbst, im anderen sein Sohn Absyrtos wohnte. Die übrigen Gemächer hielten die Dienerinnen und die Töchter des Königes, Chalkiope und Medea besetzt. Medea, die jüngere Tochter, war sonst wenig zu schauen. Fast alle Zeit brachte sie im Tempel der Hekate zu, deren Priesterin sie war. Diesmal aber hatte Hera, die Schutzgöttin der Griechen, ihr in das Herz gegeben, im Palaste zu bleiben. Sie hatte eben ihr Gemach verlassen und wollte das Zimmer ihrer Schwester aufsuchen, als sie den unerwartet daher schreitenden Helden begegnete. Beim Anblicke der Herrlichen tat sie einen lauten Schrei. Auf ihren Ruf stürzte Chalkiope mit all ihren Dienerinnen aus ihrem Gemache hervor. Auch diese Schwester brach in einen lauten Jubelruf aus und streckte danksagend ihre Hände gen Himmel, denn sie erkannte in Vieren der jungen Helden ihre eigenen Kinder, die Söhne des Phrixos. Diese sanken in die Arme ihrer Mutter und lange nahm das Grüßen und Weinen kein Ende. Medea und Aietes Zuletzt kam auch Aietes heraus mit seiner Gemahlin, denn der Jubel und die Tränen ihrer Tochter hatten sie hervorgelockt. Sogleich füllte sich der ganze Vorhof mit Getümmel. Hier waren Sklaven damit beschäftigt, einen stattlichen Stier für die neuen Gäste zu schlachten. Dort spalteten andere dürres Holz für den Herd, wieder andere wärmten Wasser in Becken am Feuer. Da war keiner, der nicht im Dienste des Königs etwas zu tun gefunden hätte. Aber in allen Ungesehen schwebte hoch in der Luft Eros, zog einen schmerzbringenden Pfeil, senkte sich mit diesem unsichtbar zur Erde nieder und hinter Jason zusammengekauert, schnellte er vom gespannten Bogen das Geschoss auf die Königstochter Medea, der bald der Pfeil, dessen Flug niemand und sie selbst nicht bemerkt hatte, unter der Brust wie eine Flamme brannte. Wie eine schwer Erkrankte musste sie einmal über das andere hoch aufatmen. Von Zeit zu Zeit warf sie heimliche Blicke auf den herrlichen Helden Jason. Alles andere war aus ihrem Gedächtnisse geschwunden. Ein einziger süßer Kummer bemächtigte sich ihrer Seele. Blässe wechselte auf ihrem Antlitz mit Purpurröte. In der frohen Verwirrung war niemand auf die Verwandlung aufmerksam, die mit der Jungfrau vorgegangen war. Die Knechte trugen die zubereiteten Speisen herbei und die Argos-Schiffer, die sich vom Schweiße der Ruderarbeit im warmen Bade gereinigt hatten, labten sich, fröhlich zu Tische sitzend, an Speise und Trank. Über den Male erzählten dem Ajetes seine Enkel das Schicksal, das sie unterwegs betroffen hatte, und nun fragte er sie auch leise nach den Fremdlingen. »Ich will es dir nicht bergen,« der Großvater flüsterte ihm Argos zu. »Diese Männer kommen, das goldene Vlies unseres Vaters Frixos von dir zu erbitten. Ein König, der sie gern aus ihrem Vaterland und ihrem Eigentum vertreiben möchte, hat ihnen diesen gefährlichen Auftrag erteilt. Er hofft, sie werden dem Zorne des Zeus und der Rache des Frixos nicht entgehen, bevor sie mit dem Vlies in ihre Heimat zurückkommen. Ihr Schiff hat ihnen Pallas bauen helfen. Es ist so festgezimmert, daß alle Stürme vergebens dagegen ankämpfen und sie selbst sitzen unaufhörlich an dem Ruder. Die tapfersten Helden Griechenlands haben sich in diesem Schiffe versammelt. Und nun nannte er die vornehmsten mit Namen, meldete ihm auch Jasons ihres Vetters Geschlecht. Als der König dieses hörte, erschrak er in seinem Herzen und wurde zornig auf seine Enkel, denn durch sie veranlasst, glaubte er, seien die Fremdlinge an seinen Hof gekommen. Seine Augen brannten unter den buschigen Brauen und er sprach laut, »Geht mir aus den Augen, ihr Frevler, mit euren Ränken, nicht das Vlies zu holen, sondern mir Zepter und Krone zu entreißen, seid ihr hierher gekommen. Säßet ihr nicht als Gäste an meinem Tisch, so hätte ich euch längst die Zungen ausreißen und die Hände abhauen lassen, euch nur die Füße geschenkt, um davon zu gehen.« Jasons antwortete mit sanften Worten, »Fasse dich, Aethes. Wir sind nicht in deine Stadt und dein Palast gekommen, dich zu berauben. Wer möchte ein so weites und gefährliches Meer befahren, um Fremdes gut zu holen?« Nur das Schicksal und der grausame Befehl eines bösen Königes brachte mich zu diesem Entschlusse, »Verleih uns das goldene Vlies auf unsere Bitte als eine Wohltat. Du sollst in ganz Griechenland dafür verherrlicht werden. Auch sind wir bereit, dir schnellen Dank abzustatten. Gibt es einen Krieg in der Nähe? Willst du ein Nachbarvolk unterjochen? So nimm uns zu Bundesgenossen an. Wir wollen mit dir ziehen.« So sprach Jason besänftigend. Der König aber ward unschlüssig in seinem Herzen, ob er sie auf der Stelle sollte umbringen lassen oder ihre Kräfte vorher auf die Probe setzen. Nach einigem Besinnen deuchte ihm das Letztere besser, und er erwiderte ruhiger als zuvor, »Was braucht es der ängstlichen Worte, Fremdling? Seid ihr wirklich Göttersöhne oder sonst nicht schlechter als ich und habt Lust nach fremdem Gute? So mögt ihr das goldene Vlies mit euch fortnehmen. Denn tapfern Männern gönne ich alles. Aber vorher müsst ihr mir eine Probe geben und eine Arbeit verrichten, die ich selbst zu tun pflege, so gefährlich sie ist. Es weiden mir auf dem Felde des Ares zwei Stiere mit ehernen Füßen die Flammen speien. Mit diesen durchpflüge ich das raue Feld, und wenn ich alles umgeackert, so sähe ich in die Furchen nicht der Demeter gelbes Korn, sondern die grässlichen Zähne eines Drachen. Daraus wachsen mir Männer hervor, die mich von allen Seiten umringen und die ich mit meiner Lanze alle erlege. Mit dem frühen Morgen schirre ich die Stiere an, am späten Abend ruhe ich von der Ernte. Wenn du das gleiche vollbracht hast, O Führer, so magst du noch am selben Tage das Fließ mit dir fortnehmen nach deines Königes Haus. Eher aber nicht, denn es ist nicht billig, dass der tapfere Mann dem Schlechteren weiche. Jason saß bei diesen Reden stumm und unschlüssig da. Er wagte es nicht, ein so furchtbares Werk kecklich zu versprechen. Indessen faßte er sich und antwortete, »So groß diese Arbeit ist, so will ich sie doch bestehen, O König, und wenn ich darüber umkommen sollte. Schlimmeres als der Tod kann auf einen Sterblichen doch nicht warten. Ich gehorche der Notwendigkeit, die mich hierher gesendet hat.« »Gut«, sprach der König, »geh jetzt zu deiner Schar, aber besinne dich. Gedenkst du nicht, alles auszuführen, so überlass es mir und meide mein Land.« Der Rat des Argos Jason und seine zwei Helden erhoben sich von ihren Sitzen. Von den Söhnen des Phrixos folgte ihnen allein Argos, denn er hatte den Brüdern gewinkt, drinnen zu bleiben. Jene aber verließen den Palast. Aisons Sohn leuchtete von Schönheit und Anmut. Die Jungfrau Medea ließ ihre Augen durch den Schleier nach ihm schweifen und der Sinn folgte seinen Fußstapfen wie ein Traum. Als sie wieder allein in ihrem Frauengemach war, fing sie an zu weinen. Dann sprach sie zu sich selbst, »Was verzehre ich mich im Schmerz? Was geht mich jener Held an? Mag er der Herrlichste von allen Halbgöttern sein oder der Schlechteste, wenn er zugrunde gehen soll, so mag er's. Und doch, oh, möchte er dem Verderben entrinnen. Lass ihn ehrwürdige Göttin Hecate nach Hause zurückkehren, soll er aber von den Stieren überwältigt werden, so wisse er vorher, daß ich wenigstens über sein trauriges Los mich nicht freue. Während Medea sich so herrmte, waren die Helden unterwegs nach dem Schiffe, und Argos sagte zu Jason, »Du wirst meinen Rat vielleicht schelten, dennoch will ich ihn dir mitteilen. Ich kenne eine Jungfrau, die mit Zaubertränken umzugehen versteht, welche Hecate die Göttin der Unterwelt sie brauen lehrt. Können wir diese auf unsere Seite bringen, so bezweifle ich nicht, daß du siegreich aus dem Kampf hervorgehen wirst. Willst du es, so gehe ich hin, sie für uns zu gewinnen.« »Wenn es dir so gefällt, mein Lieber«, erwiderte Jason, »so widerstrebe ich nicht. Doch steht es schlecht um uns, wenn unsere Heimfahrt von den Weibern abhängt.« Unter solchen Reden langten sie beim Schiff und den Genossen an. Jason berichtete, was von ihm begehrt worden sei und was er dem Könige versprochen habe. Ajetes hatte unterdessen außerhalb seines Palastes eine Versammlung der Kolker abgehalten. Er erzählte ihnen von der Ankunft der Fremdlinge, ihrem Begehren und dem Untergang, den er ihnen bereitet hätte. Sobald die Stiere den Führer umgebracht hätten, wollte er einen ganzen Wald ausreißen lassen und das Schiff mitsamt den Männern verbrennen. Auch seinen Enkeln, die diese Abenteurer herbeigeführt hätten, dachte er eine schreckliche Strafe zu. Mittlerweile ging Argos seine Mutter mit bittenden Worten an, dass sie ihre Schwester Medea zur Beihilfe bereden möchte. Chalchiope selbst hatte Mitleid mit den Fremdlingen gefühlt, aber nicht gewagt, dem grimmigen Zorn ihres Vaters entgegenzutreten. So kam ihr die Bitte des Sohns erwünscht und sie versprach ihren Beistand. Medea selbst lag in unruhigem Schlummer auf ihrem Lager und sah einen ängstigenden Traum. Ihr war, als hätte der Held sich schon zu dem Kampfe mit den Stieren angeschickt. Er hatte aber diesen Kampf nicht um des goldenen Flieses willen unternommen, sondern um sie als Gattin in die Heimat zu führen. Nun war es ihr in Traume, als ob sie selbst den Kampf mit den Stieren bestände. Die Eltern aber wollten ihr Versprechen nicht halten und dem Jason den Kampfpreis nicht geben, weil nicht sie, sondern er geheißen war, die Stiere anzuschirren. Darüber war ein heftiger Streit zwischen ihrem Vater und den Fremdling entbrannt und beide Teile machten sie zur Schiedsrichterin. Da wählte sie im Traume den Fremdling. Bitterer Schmerz bemächtigte sich der Eltern, sie schrien laut auf und mit diesem Schrei erwachte Medea. Der Traum trieb sie nach dem Gemach ihrer Schwester, aber lange hielt die Scham sie unschlüssig im Vorhofe. Dreimal verließ sie ihn und dreimal kehrte sie wieder zurück und endlich warf sie sich wieder weinend in ihrem eigenen Gemache nieder. So fand sie eine ihrer vertrauten jungen Dienerinnen. Diese hatte Mitleid mit der Herrin und meldete der Schwester Medeas, was sie gesehen hatte. Chalchiope empfing diese Botschaft im Kreis ihrer Söhne, als sie sich eben mit ihnen beriet, wie die Jungfrau zu gewinnen wäre. Sie eilte in das Gemach der Schwester und fand sie die Wangen zerfleischend und in Tränen gebadet. Was ist dir geschehen, arme Schwester, sprach sie mit innigem Mitleid. Welcher Schmerz peinigt deine Seele? Hat der Himmel dir eine plötzliche Krankheit gesendet? Hat der Vater über mich und meine Söhne Grausames zu dir gesprochen? Oder sich ferne wäre vom Elternhaus und da, wo man den Namen der Kolcher nicht hört? Medea verspricht den Argonauten Hilfe. Die Jungfrau errötete bei diesen Fragen ihrer Schwester und Scham verhinderte sie zu antworten. Bald schwebte ihr die Rede zu äußerst auf der Zunge, bald floh sie in die tiefste Brust zurück. Endlich machte sie die Liebe kühn und sie sprach mit verschlagenen Worten Halkiope, mein Herz ist betrübt um deine Söhne, es möchte sie der Vater mit den fremden Männern auf der Stelle töten. Solches verkündet mir ein schwerer Traum, möge ein Gott ihm die Erfüllung verweigern. Unerträgliche Angst bemächtigte sich der Schwester. Eben deswegen komme ich zu dir, sprach sie, und beschwöre dich mir gegen unseren Vater dabei zu stehen. Weigerst du dich, so werde ich mit meinen ermordeten Söhnen dich noch vom Orkus aus als Furium schweben. Sie umfasste mit beiden Händen Medehens Knie und warf das Haupt in ihren Schoß. Beide Schwestern weinten bitterlich. Dann sprach Medea, was redest du von Furien, Schwester? Beim Himmel und der Erde schwöre ich dir, was ich tun kann, deine Söhne zu retten, will ich gerne tun. Nun fuhr die Schwester fort, so wirst du auch dem Fremdling um meiner Kinderwillen irgendeinen Trug an die Hand geben, jenen furchtbaren Kampf glücklich zu bestehen, denn von ihm gesendet fleht mein Sohn Argos mich an, dem Gastfreunde deine Hilfe zu erbitten. Das Herz hüpfte der Jungfrau vor Freuden im Leibe, als sie dieses hörte, ihr schönes Angesicht errötete, ihr funkelndes Auge umhüllte einen Augenblick der Schwindel und sie brach in die Worte aus, Halkiope, das Morgenrot soll meinen Blicken nicht mehr leuchten, wenn dein und deiner Söhne Leben nicht mein erstes ist. Hast du doch mich, wie mir so oft die Mutter erzählte, zugleich mit ihnen gesäugt, als ich ein kleines Kind war, so liebe ich dich nicht nur wie eine Schwester, sondern auch wie eine Tochter. Morgen in aller Frühe will ich zum Tempel der Hekate gehen und dort dem Fremdlinge die Zaubermittel holen, welche die Stiere besänftigen sollen. Halkiope verließ das Gemach der Schwester und meldete den Söhnen die erwünschte Botschaft. Die ganze Nacht lag Medea in schwerem Streit mit sich tun, ihn ohne Zeugen schauen, ihn anrühren, was doch geschehen muss, wenn der Trug gelingen soll. Ja, ich will ihn retten. Er gehe frei hin, wohin er will, doch an dem Tage, wo er den Streit glücklich vollbracht haben wird, will ich sterben. Ein Strick oder Gift soll mich vom wahrsten Leben befreien, aber wird mich dieses retten, wird mich nicht üble Nachrede durchs ganze Kolcherland verfolgen und sagen, dass ich mein Haus beschimpft habe, dass ich einen fremden Manne zu lieb gestorben sei. Unter solchen Gedanken ging sie ein Kästchen zu holen, in welchem heil- und todbringende Arzneien sich befanden. Sie stellte es auf ihre Knie und hatte es schon geöffnet, um von den tödlichen Giften zu kosten. Da schwebten ihr alle holden Lebenssorgen vor, alle Lebensfreuden, alle Gespielinnen. Die Sonne kam ihr schöner vor als vorher. Eine unwiderstehliche Furcht vor dem Tode ergriff sie. Sie stellte das Kästchen auf den Boden. Hera. Die Beschützerin ja, sonst hatte ihr Herz verwandelt. Kaum konnte sie die Morgenröte erwarten, um die versprochenen Zaubermittel zu holen und mit ihnen vor den geliebten Helden zu treten. Jason und Medea Während Argos mit der glücklichen Nachricht zu dem Schiffe der Helden eilte, als kaum das Morgenrot den Himmel erhellte, war die Jungfrau schon vom Lager aufgesprungen, band ihr blondes Haar auf, das bisher in Trauerflechten heruntergehangen, wischte Tränen und harm von den Wangen und salbte sich mit köstlichem Nektaröl. Sie zog ein herrliches Gewand an, schön gekrümmte goldene Nadeln festhielten und warf einen weißen Schleier über ihr strahlendes Haupt. Alle Schmerzen waren vergessen. Mit leichten Füßen durcheilte sie das Haus und befahl ihren jungen Dienerinnen, deren Zwölfe in ihren Frauengemächern waren, schnell die Maultiere an den Wagen zu spannen, der sie nach dem Tempel der Hekade bringen sollte. Inzwischen holte Medea aus dem Kästchen die Salbe hervor, die man Prometheus-Öl nannte. Wer, nachdem er die Göttin der Unterwelt angefläht, seinen Leib damit salbte, konnte an jenem Tage von keinem Schwert streiche verwundet, von keinem Feuer versehrt werden. Ja, er war den ganzen Tag an Kräften jedem Gegner überlegen. Die der zerfressenen Leber des Titanensohnes auf die Heiden des Kaukasus geträufelt war. Medea selbst hat in einer Muschel den Saft dieser Pflanze als kostbares Heilmittel aufgefangen. Inzwischen machte sich Argos mit seinem Freunde Jason und dem Vogelschauer Mopsos auf. So schön war kein Sterblicher, ja, keiner der Göttersöhne zuvor je gewesen, wie heute des Zeus Gemahlin ihren Schützling Jason mit allen Gaben der Huldgöttinnen ausgerüstet hatte. Seine beiden Genossen selbst, so oft sie ihn unterwegs betrachteten, mußten über seine Herrlichkeit staunen. Medea war unterdessen mit ihren Mägden im Tempel und obwohl sie sich die Zeit mit Singen verkürzten, so war doch der Fürst den Geist in ganz anderen Gedanken und kein Lied wollte ihr lange gefallen. Ihre Augen weilten nicht hinaus, bei jedem Fußtritt oder Wind hauchrichtete sich ihr hauptbegierig in die Höhe. Nicht lange, so trat Jason mit seinen Begleitern in den Tempel, hoch einher schreitend und schön, wie Sirius dem Ozean entsteigt. Da war's der Jungfrau, als fiele ihr das Herz aus der Brust. Nacht war vor ihren Augen und mit heißem Rot bedeckte sich ihre Wange. Inzwischen hatten sie die Dienerinnen alle verlassen. Lange standen der Held und die Königs doch einander stillschweigend gegenüber, schlanken Eichen oder Tannen ähnlich, die auf den Bergen tief gewurzelt in Windstille regungslos beieinander stehen. Plötzlich aber kommt ein Sturm und alle Blätter zittern in rauschender Bewegung. So sollten vom Hauch der Liebe angeweht sie bald viel bewegte Worte tauschen. Warum scheuest du mich? So brach Ja sonst erst das Schweigen. Nun, da ich allein bei dir bin, ich bin nicht wie andere prahlerische Männer und war auch zu Hause nie so. Fürchte dich nicht zu fragen und zu sagen, was dir beliebt, aber vergiss nicht, dass wir an einem heiligen Orte sind, wo betrügen ein Frevel wäre. Darum täusche mich nicht mit süßen Worten. Ich komme als ein Schutz fliehender und bitte dich um die Heilmittel, die du deiner Schwester für mich versprochen. Die harte Notwendigkeit zwingt mich, deine Hilfe zu suchen. Verlange, welchen Dank du willst und wisse, dass du den Müttern und Frauen unserer Helden, die uns vielleicht schon am Ufer sitzen, beweinen, durch deinen Beistand die schwarzen Sorgen zerstreuen und in ganz Griechenland Unsterblichkeit erlangen wirst. Die Jungfrau hatte ihn ausreden lassen. Sie senkte ihre Augen mit einem süßen Lächeln, ihr Herz erfreute sich seines Lobes, ihr Blick erhub sich wieder, die Worte drängten sich auf ihre Lippen und gern hätte sie alles zumal gesagt, so aber blieb sie ganz sprachlos und wickelte nur die duftende Binde von dem Kästchen ab, das Jason ihr eilig und froh aus den Händen nahm. Sie aber hätte ihm auch freudig die Seele aus der Brust gegeben, wenn er sie verlangt hätte, so süße Flammen wehte ihr der Liebesgott von Jasons blondem Haupte zu. Ihre Seele war durchwärmt, wie der Tau auf den Rosen von den Strahlen der Morgensonne durchglüht wird. Beide blickten verschämt zu Boden, dann richteten sie ihre Augen wieder aufeinander und schickten sehnende Blicke unter den Wimpern hervor. Erst spät und mit Mühe hub die Jungfrau an. Höre nun, wie ich dir Hilfe schaffen will. Wenn dir mein Vater die verderblichen Drachenzähne zum Säen überliefert haben wird, dann bade dich einsam im Wasser des Flusses. Bekleide dich mit schwarzen Gewändern und grabe eine kreisförmige Grube. In diese errichte einen Scheiterhaufen, schlachte ein weibliches Lamm und verbrenne es ganz darauf, dann träufle der Häkate ein Trankopfer süßen Honigs aus der Schale und entferne dich wieder vom Scheiterhaufen. Auf keinen Fußtritt, auf kein Hundegebell kehre dich um, sonst wird das Opfer vereitelt. Am anderen Morgen salbe dich mit diesem Zaubermittel, das ich dir hier gereicht habe, in ihm wohnt unermessliche Stärke und hohe Kraft. Du wirst dich nicht den Männern, sondern den unsterblichen Göttern gewachsen fühlen. Auch deine Lanze, dein Schwert und deinen Schild musst du salben, dann wird kein Eisen in Menschenhand keine Flamme der Wunderstiere dir schaden oder widerstehen können. Doch wirst du so nicht lange sein, sondern nur an jenem einen Tage. Dennoch entziehe dich auf keine Weise dem Streit. Ich will dir auch noch ein anderes Hilfsmittel an die Hand geben. Wenn du nämlich die gewaltigen Stiere eingespannt und das Blachfeld durchpflügt hast und schon die von dir ausgesähte Drachensaat aufgegangen ist, so wirf unter sie einen mächtigen Stein. Um diesen werden jene rasenden Gesellen kämpfen wie Hunde um ein Stück Brot. Indessen kannst du auf sie einstürzen und sie niedermachen. Dann magst du das goldene Vlies unangefochten aus Kolchis mit dir nehmen. Dann magst du gehen. Ja, gehe nur, wohin dir zu gehen beliebt. So sprach sie und heimliche Tränen rollten über die Wangen hinab, denn sie dachte daran, dass der edle Held weit fort über die Meere ziehen werde. Traurig redete sie ihn an, indem sie ihn bei der rechten fasste, denn der Schmerz ließ sie vergessen, was sie tat. Wenn du nach Hause kommst, vergiß nicht den Namen Medeas, auch ich will deiner des fernen gedenken, sage mir auch, wo dein Vaterland ist, nach welchem du auf diesen schönen Schiffe zurückkehren wirst. Mit diesen Reden der Jungfrau bemächtigte sich auch des Helden eine unwiderstehliche Neigung, und er brach in die Worte aus, glaube mir, hohe Fürstin, dass ich, wenn ich dem Tod entrinne, keine Stunde bei Tag und bei Nacht dein vergessen werde. Meine Heimat ist Jolkos in Hermonien. So wohnest du in Griechenland, Fremdling, erwiderte die Jungfrau. Dort sind die Menschen wohl gastlicher als hier bei uns. Darum erzähle nicht, welche Aufnahme dir hier geworden, sondern Gedenke nur in der Stille mein. Ich werde dein Gedenken, wenn alles dich hier vergesse. Wärest du aber im Jolkos herbeiführte, durch welchen ich dich daran erinnern könnte, dass du durch meine Hilfe von hier entronnen bist. Ja, wäre ich dann vielmehr selbst in deinem Hause und könnte dich mahnen, so sprach sie und weinte. Oh, du Gute, antwortete Jason, lass die Winde flattern und den Vogel dazu, denn du sprichst Überflüssiges. Aber wenn du selbst nach Griechenland und in meine Heimat kämst, oh, wie würdest du von Frauen und Männern verehrt, ja, wie eine Gottheit angebetet werden, weil ihre Söhne, ihre Brüder, ihre Gatten durch deinen Rat dem Tode entronnen und fröhlich der Heimat zurückgegeben sind und mir, mir würdest du dann ganz gehören und nichts sollte unsere Liebe trennen als der Tod. So sprach er. Ihr aber zerfloss die Seele, als sie solches hörte. Zugleich stand vor ihrem Geiste alles Schreckliche, womit die Trennung vom Vaterland drohte und dennoch zog es sie mit wunderbarer Gewalt nach Griechenland, denn Hera hatte es ihr ins Herz gegeben. Diese wollte, dass die Kolcherin Medea ihr Vaterland verlassen und zu des Pelias Verderben nach Jolkos kommen sollte. Jason erfüllt des Aietes Begehr Jason kehrte fröhlich zu seinen Genossen und dem Schiffe zurück. Die Jungfrau begab sich zu ihren Dienerinnen, diese eilten ihr alle entgegen, sie aber sah es nicht, denn ihre Seele schwebte hoch in den Wolken. Mit leichten Füßen bestieg sie den Wagen, trieb die Maultiere an, die von selbst nach Hause rannten und kam zum Palaste zurück. Hier hatte Halkiopä voll banger Sorge um ihre Söhne längst auf sie gewartet. Sie saß auf einem Schemel, das gebeugte Haupt mit der linken Hand gestützt, ihre Augen waren feucht unter den Augenlidern, denn sie dachte daran, in welches Übels Genossenschaft sie verstrickt wäre. Jason erzählte unterdessen seinen Genossen, wie ihm die Jungfrau das herrliche Zaubermittel gereicht habe, zugleich hielt er ihnen die Salbe entgegen, alle freuten sich. Nur Idas, der Held, saß seitwärts und knirschte mit den Zähnen vor Zorn. Am anderen Morgen sandten sie zwei Männer ab, den Drachensamen von Aethes zu erbitten, der sich nicht lange weigerte. Er gab ihnen von desselben Drachenzähnen, den Kadmos bei Theben umgebracht hatte. Er tat es ganz getrost, denn er hielt es gar nicht für Nacht, die auf diesen Tag folgte, badete sich Jason und opferte der Hekate, ganz wie Medea ihn geheißen. Die Göttin selbst vernahm sein Gebet und kam aus ihren tiefen Höhlen hervor, die entsetzliche, umwunden von grässlichen Nattern und flammenden Eichenzweigen, Hunde der Unterwelt schwärmten bellend um sie her. Der Anger zitterte unter ihrem Tritt und die sich nicht um, bis er wieder bei seinen Genossen war. Und schon schimmerte die Morgenröte über dem Schneegipfel des Kaukasus. Jetzt warf Aetis seinen starken Panzer über, den Ares auf dem Felde von Phlegra, dem Giganten Mimas geraubt. Auf sein Haupt setzte er den goldenen Helm mit vier Büschen und griff zu dem vierhäutigen Schilde, den außer Herakles kein anderer Held hätte aufheben können. Sein Sohn hielt ihm die schnellen Rosse am Wagen, diesen bestieg er und flog die Zügel in der Hand aus der Stadt ihm nach unzähliges Volk. Jason aber hatte sich nach Medeas Anleitung mit dem Zauber Öle Lanze Schwert und Schild gesalbt. Rings um ihn her versuchten die Genossen ihre Waffen an der Lanze aber sie Hild stand und jene vermochten es nicht sie auch nur ein wenig zu krümmen sie war in seiner festen Hand wie zu Stein geworden darüber ärgerte sich Idas es Afarois Sohn und führte seinen Streich auf den Schaft unter der Spitze aber der Stahl fuhr zurück wie der Hammer vom Amboss und fröhlich jubelten die Helden in der frohen Aussicht auf den Sieg jetzt erst salbte sich Jason auch den Leib da fühlte er wunderbare Kraft in allen Gliedern seine beiden Hände schwollen auf von Stärke und verlangten nach dem Kampf wie ein Kriegsroß vor der Schlacht wiehernd den Boden stampft sich aufrichtet und mit gespitzten Ohren den Kopf erhebt so streckte sich der Isonide im Gefühle seiner Streitbarkeit hob die Füße schwang den Erzschild und die Lanze mit der Hand dann ruderten die Helden mit ihrem Führer bis zum Ares Felde wo sie den König Aetes und die Menge der Kolcher schon antrafen jenen am Ufer und diese auf den Klippen Vorsprüngen des Kaukasus gelagert als das Schiff angebunden war sprang Jason mit Lanze und Schild gerüstet aus dem selben und empfing sofort einen funkelnden Erzhelm voll spitzer Drachenzähne dann hängt er das Schwert mit einem Riemen um die Schultern und Schritt vor herrlich wie Ares oder Apollo auf dem Blachfeld umher blickend sah er bald die ehernen Joche der Stiere auf dem Boden liegen dabei Pflug und Pflug schar alles ganz aus Eisen gehämmert als er sich das Geräte näher betrachtet hatte schraubte er die Eisenspitze an den starken Schaft seiner Lanze und legte den Helm nieder hierauf schritt er von seinem Schilde gedeckt weiter nach den Fußstapfen der Tiere forschend diese aber brachen von einer anderen Seite unvermutet aus einem unterirdischen Gewölbe hervor wo ihre festen Stelle waren beide flammenschnaubend und in dicken Rauch gehüllt Jasons Freunde schraken zusammen als ihr Blick auf die ungeheuer fiel er aber stand mit ausgespreizten Beinen den Schild vorgehalten und erwartete ihren Anlauf wie ein Meerfels die Fluten sie kamen auch wirklich mit den Hörnern stoßend auf ihn angestürzt und doch vermochte ihr Anlauf ihm nicht ein Glied zu verrücken wie in den Schmiedewerkstätten die Blasbälge brausen und bald mächtige Feuersprühen machen bald mit ihrem Atem innehalten so wiederholten sie brüllend und flammenspeiend ihre Stöße dass den Helden die Glut wie lauter Blitzstrahlen umzückte ihn aber schirmte das Zaubermittel der Jungfrau endlich ergriff er den Stier zur rechten am äußersten Horn und zog ihn mit allen seinen Kräften bis er ihn an die Stelle geschleppt wo das ehene Joch lag hier gab er seinen ehrenen Füßen einen Tritt und warf ihn mit gekrümmten Knien zu Boden auf dieselbe Weise zwang auch den zweiten der auf ihn losrannte mit einem einzigen Streich auf die Erde nieder dann warf er seinen breiten Schild weg und hielt von ihren Flammen bedeckt die beiden niedergeworfenen Stiere mit beiden Händen fest Aietes musste die ungeheure Stärke des Mannes bewundern inzwischen reichten ihm Kastur und Pollux wie es unter ihnen verabredet war die Joche die auf dem Boden lagen und er befestigte sie mit Sicherheit an dem Genick der Tiere dann erhub er die ehrende Deichsel und fügte sie in den Ring des Joches die Zwillingsbrüder verließen nun schnell das Feuer denn sie waren nicht gefeit wie Jason dieser aber nahm seinen Schild wieder auf und warf ihn am Riemen hinter den Rücken dann griff er auch wieder zu dem Helme voll Drachenzähne faßte seine Lanze und zwang mit ihren Stichen die zornigen und flammensprühenden Stiere den Pflug zu ziehen durch ihre Kraft und den mächtigen Pflüger wurde der Boden tief aufgerissen und die gewaltigen Erdschollen krachten in den Furchen Jason selbst folgte mit festem Tritt und sähte die Zähne in den aufgepflügten Boden vorsichtig rückwärts blickend ob die aufkeimende Saat der Drachenmänner sich nicht gegen ihn erhebe die Tiere aber arbeiteten sich mit ihren ehrenen Hufen vorwärts als noch der dritte Teil des Tages übrig war am hellen Nachmittage war das ganze Blachfeld obgleich es vier Jaucherte faßte von dem unermüdlichen Pflüger umgeackert und nun wurden die Stiere vom Flug erlöst diese schreckte der Held mit seinen Waffen daß sie über das offene Feld hin flohen er selbst kehrte zum Schiffe zurück solange er die Furchen noch leer von Erdgeborenen sah mit lautem Zuruf umringten ihn von allen Seiten die Genossen er jedoch sprach nichts sondern füllte seinen Helm mit Flusswasser und löschte seinen brennenden Durst dann prüfte er die Gelenke seiner Knie und erfüllte sein Herz mit neuer Streitlust wie ein schäumender Eber seine Zähne gegen die Jäger wetzt denn schon war das ganze Feld entlang die Saat hervorgekeimt der ganze Ares Hein starrte von Schilden und spitzen Lanzen und erglänzte von Helmen sodass der Schimmer durch die Luft bis zum Himmel empor blitzte da gedachte Jasun an das Wort der schlauen Medea er faßte einen großen runden Stein auf dem Felde vier kräftige Männer hätten ihn nicht vom Boden heben können er aber ergriff ihn leicht mit der Hand und warf ihn springend weithin mitten unter die Boden entsprossenen Krieger er selbst barg sich ins Knie geworfen kühn und vorsichtig unter seinem Schilde die Kolcher schrien laut auf wie das Meer braust wenn es sich an spitzen Klippen bricht ajet es selbst starrte voll Verwunderung dem Wurfe des ungeheuren Steines nach die erdgeborenen aber fielen wie schnelle Hunde einander an und brachten sich gegenseitig mit dumpfen Knirschen um speer getroffen sanken sie auf ihre Mutter Erde nieder wie Tannen Bäume oder Eichen welche Windwirbel umgerissen haben als sie mitten im Gefechte begriffen waren stürzte Jason unter sie wie ein fallender Stern der als Wunderzeichen mitten durch die dunkle Nachtluft schießt jetzt zog er sein Schwert aus der Scheide teilte hier und dort Wunden aus hieb manche die schon standen nieder mähte andere die erst bis zu den Schultern hervorgewachsen waren wie Gras ab andern spaltete er das Haupt als sie schon nach allen Seiten hin und viele sanken mit blutigen Köpfen wieder so tief in den Boden als sie hervorgetaucht waren an der Seele des König Aietes nagte zehrender Ärger ohne ein Wort zu sprechen drehte er sich um und kehrte zur Stadt zurück nur darauf sinnend auf welche Weise er wirksamer gegen Jason verfahren könnte unter diesen Begebenheiten war der Tag zu Ende gegangen und der Held ruhte unter den Glückwünschen seiner Freunde von der Arbeit Medea raubt das goldene Vlies die ganze Nacht hindurch hielt der König Aietes die Häupter seines Volkes um sich im Palaste versammelt und Ratschlagte wie die Argonauten zu überlisten wären denn er war es wohl inne geworden dass alles was sich den Tag zuvor ereignet hatte nicht ohne Mitwirkung seiner Töchter geschehen war Hera die Göttin sah die Gefahr in welcher Jason schwebte deswegen erfüllte sie das Herz Medeas mit zagender Furcht dass sie zitterte wie ein Reh im tiefen Walde das der Jagdhunde gebell aufgeschreckt hat sogleich ahnte sie dass ihre Hilfe dem Vater nicht verborgen sei darum brannten ihre Augen von Tränen und die Ohren sausten ihr ihr Haar ließ sie wie in Trauer hängen und wäre das Schicksal nicht zuwider gewesen so hätte die Jungfrau durch Gift ihrem Jammer zur Stunde ein Ende gemacht schon hatte sie die gefüllte Schale in der Hand als Hera ihr den Mut aufs Neue beflügelte und sie mit verwandelten Gedanken das Gift wieder in seinen Behälter goss jetzt raffte sie sich zusammen sie war entschlossen zu fliehen bedeckte ihr Lager und die Türpfosten mit Abschiedsküssen berührte mit den Händen noch einmal die Wände ihres Zimmers schnitt sich eine Haarlocke ab und legte sie zum Andenken für ihre Mutter aufs Bett lebe wohl geliebte Mutter sprach sie weinend lebe wohl schwester Kalkiope und das ganze Haus o Fremdling hätte dich das Meer verschlungen ehe du nach Kolchis gekommen wärst und so verließ ihre süße Heimat wie eine Gefangene fliehend den bittern Kerke der Sklaverei verlässt die Pforten des Palastes taten sich vor ihren Zaubersprüchen auf durch enge Seitenwege rannte sie mit bloßen Füßen mit der linken den Schleier bis über die Wangen herunter ziehend mit der rechten den Saum ihres Gewandes vor der Befleckung des Weges schützend bald war sie unerkannt vom Wurzelsuchen her aller Wege des Feldes wohl kundig Selene die Mondgöttin welche sie so wandeln sah sprach zu sich selbst lächelnd herniederscheinend so quält doch auch andere die Liebe wie mich die zum schönen Dymion oft hast du mich mit deinen Hexens sprüchen vom Himmel hinweg gezaubert jetzt leidest du selbst um einen jase und bittere Qual nun so geh nur aber so schlau du bist hoffe nicht dem herbst schmerz zu entfliehen so sprach Selene mit sich selber jene aber trugen ihre füße eilig davon endlich bogen ihre schritte gegen das meeres ufer ein wo das freuden feuer das die helden dem siege jason zu ehre die ganze nacht hindurch auflodern ließen ihr zum leitsterne diente dem schiffe gegenüber angekommen rief sie laut ihren jüngsten schwestersohn frontis dieser der mit jason ihre stimme erkannte erwiderte dreimal den dreifachen ruf die helden die dies alle hörten staunten anfangs dann ruderten sie entgegen ehe das schiff ans jenseitige ufer gebunden war sprang jason vom verdeck ans land frontis und argus ihm nach rettet mich rief das mädchen in dem sie ihre knie umfasste entreißt mich und euch meinem vater alles ist verraten und keine hilfe mehr lasst uns zu schiffe fliehen ehe er die schnellen rosse besteigt das goldene vlies will ich euch verschaffen indem ich den drachen einschläfre du aber o fremdling schwöre mir zu den göttern vor deinen genossen dass du mich verweist in der fremden nicht beschimpfen willst so sprach sie vom boden auf umfasste sie und sprach geliebte zeus und hera die beschirmerin der ehe seien meine zeugen dass ich nach griechenland zurückgekehrt dich als rechtmäßige gattin in mein haus einführen will so schwor er und legte seine hand in die ihrige dann hieß medea die helden noch in derselben nacht nach dem heiligen heine rudern um dort das goldene vlies zu entführen eifrig trieben die griechen das schiff vorwärts das jason und jungfrau bald und noch vordämmernden tag verließen um über den pfad einer wiese dem heine zuzugehen dort suchten sie den hohen eichbaum an welchem das goldene vlies hing strahlend durch die nacht einer morgen wolke ähnlich die von der aufgehenden sonne beschienen wird gegenüber aber reckte der schlaflose drache aus scharfen augen in die ferne blickend seinen langen hals den herannahenden entgegen und zischte fürchterlich daß die ufer des flusses und der ganze große hain wieder hallte wie über einen angezündeten wald die flammen sich hinwälzen so rollte das und ihr mit leuchtenden schuppen in unzähligen krümmungen daher die jungfrau aber ging ihm keck entgegen sie rief mit süßer stimme den schlaf den mächtigsten der götter an das ungeheuer einzulullen sie rief zur mächtigen königin der unterwelt ihr vorhaben zu segnen nicht ohne furcht folgte ihr jason aber schon durch den zaubergesang der jungfrau eingeschläfert senkte der drache die wölbung des rückens und sein geringelter leib dehnte sich der länge nach aus nur mit beiden mit seinem aufgesperrten rachen zu fassen da sprengte medea ihm mit einem wacholder stengel unter beschwörungsformeln einen zaubertrank in die augen dessen duft ihn mit schlummer übergoß jetzt schloß sich sein rachen und schlafend dehnte sich der drache mit seinem ganzen leibe durch den langen wald hin auf ihre ermahnungen zogen nun jason das vlies von der eiche während das mädchen fortwährend den kopf des drachen mit dem zauber öl besprengte dann verließen beide eilig den beschatteten ares hein und jason hielt von ferne schon freudig das große widder fließ entgegen von dessen widerschein seine stirn und sein blondes haar in goldenem schimmer glänzten auch beleuchtete sein schein ihm weithin den nächtlichen Pfad so ging er es auf der linken schulter tragend die goldene last hing ihm vom hals bis auf die füße herunter dann rollte er es wieder auf denn immer fürchtete er ein mensch oder gott möchte ihm begegnen und ihn des schatzes berauben mit der morgenröte traten sie ins schiff die genossen umringten den führer und staunten das vlies an das funkelte wie des zeus blitz gefertigten mantel darüber die jungfrau setzte auf das hinter verdeck des schiffes und sprach dann so zu seinen freunden jetzt ihr lieben lasst uns eilig ins vaterland zurückkehren durch dieser jungfrau rat ist vollbracht weswegen wir unsere fahrt unternommen haben zum lohne führe ich sie als meine rechtmäßige gemahlin nach hause ihr aber helft mir sie als die helferin ganz griechenlands beschirmen denn ich zweifle nicht bald wird ajetes da sein und mit allem seinem volke unsere ausfahrt aus dem fluss erhindern wollen deswegen soll von euch abwechslungsweise die eine hälfte rudern die andere unsere mächtigen schilde aus rinz haut den feinden entgegenhaltend die rückfahrt schirmen denn in unserer hand steht jetzt die heimkehr zu den unsrigen und die ehre oder warf sich in volle rüstung und stellte sich so neben das mägdlein dem steuermann zur seite das schiff eilte unter den rudern der mündung des flusses entgegen die argonauten verfolgt entkommen mit medea inzwischen hatten ajetes und alle kolcher medeas liebe taten und flucht erfahren sie traten bewaffnet auf dem markte zusammen und bald sah man sie mit lautem schalle das ufer des flusses hinab ziehen ajetes fuhr auf einem festgezimmerten wagen mit den pferden die ihm der sonnengott verliehen in der linken trug einen runden schild in der rechten eine lange pech fackel an seiner seite lehnte die gewaltige lanze die zügel der rosse handhabte sein sohn absyrtos als sie aber an der mündung des flusses angekommen waren da fuhr das schiff von den unermüdlichen ruderern getrieben schon weit auf der hohen see fackel und schild entsankt dem könig er hub die hände gen himmel rief zeus und den sonnengott zu zeugen der übeltaten und erklärte grimmig seinen untertanen wenn sie ihm die tochter nicht zu wasser oder zu land ergriffen herbeiführen würden so dass er seines herzensgelüste folgend rache üben könnte so sollten sie es alle mit ihren häuptern büßen die erschrockenen kolker zogen noch an demselben tage ihre schiffe in die see spannten die segel aus und fuhren hinaus ins meer ihre flotte welche des königes sohn absyrtus befehligte glich einer unabsehbaren vogelschar welche die luft verdunkelnd über die see dahinschwirrt in die segel der argonauten blies der günstigste wind schon mit der dritten morgenröde banden sie das schiff beim flusse halis am ufer der paphlagonen an hier brachten sie auf medeas geheiß der göttin hekate die sie gerettet hatte ein opfer da fiel ihrem führe und auch anderen helden bei dass ein alter wahrsager ihnen zur rückfahrt auf einem neuen wege geraten hatte der gegenden aber war keiner kundig nun belehrte sie argos der sohn des frixos der es aus priesterschriften wusste dass sie nach dem ister flusse steuern sollten dessen quellen fern in den ripäischen bergen murmeln und der das füllhorn seiner wasser zur hälfte ins ionische zur anderen hälfte ins sizilische meer ergießt als argos dies geraten erschien die breite himmelsfolche eines regenbogens in der richtung in welcher sie fahren sollten und der günstige wind ließ nicht abzuwehen und das himmelszeichen hörte nicht auf zu leuchten bis sie glücklich an die ionische mündung des flusses ister gelangt waren die kolcher ließen aber mit ihrer verfolgung nicht nach und kamen schneller segelnd mit ihren leichten schiffen noch vor den helden an der mündung des isters an hier legten sie sich an verschiedenen buchten und inseln des ausflusses verteilt in den hinterhalt und verstellten den helden als diese sich in der mündung des stromes vor anker gelegt den ausweg die argonauten die menge der kolcher fürchtend landeten und warfen sich auf eine insel des flusses die kolcher folgten und ein treffen bereitete sich vor da traten die bedrängten griechen in unterhandlung und von beiden seiten wurde verabredet dass jedenfalls die griechen das goldene vlies das der könig dem helden jason für seine arbeit versprochen hatte davontragen sollten die königstochter medea aber sollten sie auf einer zweiten insel im tempel der artemis aussetzen bis ein gerechter nachbarkönig als schiedsrichter entschieden hätte ob sie zu ihrem vater zurückkehren oder ob sie den helden nach griechenland folgen sollte bittere sorgen bemächtigten sich der jungen frau als sie solches hörte sie führte sogleich ihren geliebten seitwärts an einen ort wo keiner seiner genossen sie hören konnte dann sprach sie unter tränen jason was habt ihr über mich beschlossen hat das glück alles bei dir in vergessenheit gesenkt was du mir in heiligem eid in der not versprochen in dieser hoffnung habe ich leichtsinnige ehrvergessene vaterland haus und eltern verlassen was mein höchstes war für deine rettung treibe ich auf dem meere mit dir um meine vermessenheit hat dir das goldene fließ verschafft für dich habe ich schmach auf den frau namen geladen deswegen folge ich dir als dein mädchen als dein weib als deine schwester ins griechische land und darum beschirme mich auch lass mich nicht allein hierüber lass mich nicht den königen zum urteil wenn mich jener richter meinem vater zuspricht so bin ich verloren wie wäre dir dann deine rückkehr angenehm wie könnte des zeus gemahl in hera dieses billigen sie deren du dich rühmest ja wenn du mich verlässt so wirst du einst in elend versunken mein gedenken wie ein traum soll dir das goldene flies in den hades entschwinden aus dem vaterlande sollen dich meine rachegeister treiben wie ich durch deine verkehrt hat aus meinem vaterlande getrieben worden bin so sprach sie in wilder leidenschaft und gedachte feuer in das schiff zu legen alles zu verbrennen und sich selbst hinein zu stürzen bei ihrem Anblicke ward jason scheu das gewissen schlug ihm und er sprach mit begütigenden worten fasse dich gute mir selbst ist jener vertrag nicht ernst suchen wir ja nur einen aufschub der schlacht weil eine ganze wolke von feinden uns umringt um deinet willen denn alles was hier wohnt ist den kolchern befreundet und will deinem bruder absyrtus helfen dass er dich als gefangen dem vater zurückbringe wir alle aber wenn wir jetzt den kampf beginnen werden elendiglich umkommen und eine lage wird noch hoffnungsloser wenn wir gestorben sind und dich den feinden als beute zurücklassen vielmehr soll jener vertrag nur ein hinterhalt sein der den absyrtus ins verderben stürzt denn wenn ihr führer tot ist so werden den kolchern die nachbarn keine hilfe mehr leisten wollen so sprach er schmeichelnd und medea gab ihm den grässlichen rat höre mich ich habe einmal gesündigt und vom verhängnis verblendet übles getan rückwärts kann ich nicht mehr so muß ich vorwärts schreiten im frevel wäre du im treffen die lanzen der kolche ab ich will den bruder betören daß er sich in deine hände gibt du empfange ihn mit einem glänzenden male kann ich dann die herolde überreden daß ihn zum zwiegespräch allein mit mir lassen als dann ich kann nicht widerstehen magst du ihn töten und die schlacht den kolchern liefern auf diese weise legten die beiden dem absurdus einen schweren hinterhalt sie sandten ihm viele gastgeschenke darunter ein herrliches purpur gleit welches einst die huldgöttinnen selbst dem gotte Dionysos gefertiget und das mit himmlischem dufte getränkt war seit der nektar trunkene gott darauf geschlummert hatte denn herolden redete die schlaue jungfrau zu absurdus sollte im dunkel der nacht auf die andere insel zum artemistempel kommen dort wollten sie eine list ausdenken wie er das goldene vlies wieder bekäme und es dem könig ihrem vater zurückbringen könnte denn sie selbst so heuchelte sie sei von den söhnen des frixos mit gewalt den fremdlingen überliefert worden nachdem sie so die friedensboten betört hatte spritzte sie von ihren zaube ölen in den wind so viel dass ihr duft auch das wildeste tier vom höchsten berge herabzulocken kräftig gewesen wäre es geschah wie sie gewünscht hatte absurdus durch die feierlichsten versprechungen betrogen schiffte in dunkler nacht nach der heiligen insel hinüber dort allein mit der schwester zusammen gekommen versuchte er das gemüt der verschlagenen ob sie wirklich eine list gegen die fremdlinge hegte aber es war als wenn ein schwacher knabe durch einen angeschwollenen bergstrom warten wollte über den kein kräftiger man ungestraft setzen kann denn als sie mitten im gespräch waren und die schwester dem alles zusagte da stürzte plötzlich jason aus dem verborgenen hinterhalte hervor das bloße schwert in der hand die jungfrau überwandte ihre augen ab und bedeckte sich mit dem schleier um den mord ihres bruders nicht mit ansehen zu müssen wie ein opfertier stürzte der königssohn unter den streichen jasons und bespritzte gewand und schleier der abgekehrten medea mit seinem bruderblut aber die rache göttin die nichts übersieht schaute aus ihrem verstecke mit finsterem auge die grässliche tat die hier begangen ward nachdem jason sich von dem morde gereinigt und den leichnam begraben hatte gab medea den argonaut mit einer fackel das verabredete zeichen diese legten ihr fahrzeug neben das schiff auf dem absyrtus zur artemis insel gekommen war und fielen wie habichte über tauben scharen oder löwen über schafherden über die ihres führers beraubten begleiter des absyrtus her keiner entging dem tode jason der den seinigen zu hilfe kommen wollte erschien zu spät denn schon war der sieg entschieden jasons ende jason gelangte nicht zu dem throne von jolkos um dessen willen er die gefahrvolle Fahrt bestanden medea ihrem vater geraubt und an ihrem bruder absyrtus einen schändlichen mord begangen hatte er mußte das königreich dem sohne des pelias akastos überlassen und sich mit seiner jungen gemahlin nach korinth flüchten hier wohnte er zehn jahre lang mit ihr und sie gebar ihm drei söhne die beiden ältesten waren Zwillinge und hießen tessalos und alchimenez der dritte tisander war viel jünger während jener zeit war medea nicht nur um ihrer schönheit willen sondern auch wegen ihres edlen sinnes und ihrer übrigen vorzüge von ihrem gatten geliebt und geehrt als aber später die zeit die reize ihrer gestalt allmählich vertilgte wurde jason von der schönheit eines jungen mädchens der tochter des korinther königs kreon mit namen glauke entzündet und betört ohne dass seine gattin darum wußte warb er um die jungfrau und nachdem der vater eingewilligt und den tag der hochzeit bestimmt hatte suchte er erst seine gemahlin zu bewegen dass sie freiwillig auf die ehe verzichten sollte er versicherte sie auch dass er die neue heirat nicht schließen wollen weil er ihrer liebe überdrüssig sei sondern aus Fürsorge für seine Kinder suche er in Verwandtschaft mit dem Königshause zu treten Aber Medea ward entrüstet über diesen Antrag und rief zürnend die Götter an als Zeugen seiner Schwüre Jason achtete dies nicht und vermählte sich mit der Königstochter verzweifelnd irrte Medea in dem Palast ihres Gatten umher wehe mir rief sie möchte die Flamme des Himmels auf mein Haupt niederzücken was soll ich länger leben möchte der Tod sich meiner erbarmen o Vater o Vater statt die ich schimpflich verlassen habe o Bruder den ich gemordet und dessen Blut jetzt über mich kommt aber nicht an meinem Gatten Jason war es mich zu strafen für ihn habe ich gesündigt Göttin der Gerechtigkeit mögest du ihn und sein junges Kebsweib verderben noch jammerte sie so als du finster blickende auf deinen Gemahl ergrimmte redete er sie an nimm deine Söhne an der Hand und verlass mir mein Land auf der Stelle ich werde nicht nach Hause kehren ehe ich dich über meine Grenzen gejagt Medea ihren Zorn unterdrückend sprach mit gefasster Stimme warum fürchtest du ein Übel von mir Kreon was hast du mir Böses getan was war es du mir schuldig du hast deine Tochter dem Manne gegeben der dir gefallen hat was ging ich dich an nur meinen Gatten hasse ich der mir alles schuldig ist doch das ist geschehen mögen sie als Gatten leben mich aber lasst in diesem Lande wohnen denn obgleich ich tief gekränkt bin so will ich doch schweigen und den mächtigeren mich unterwerfen aber Creon sah ihr die Wut in den Augen an er traute er nicht obgleich sie seine Knie umschlang und ihm bei dem Namen der eigenen ihr so verhassten Tochter Glauke beschwor geh erwiderte er und befreie mich von Sorgen da bat sie nur um einen einzigen Tag Aufschub um einen Weg zur Flucht und ein Asyl für ihre Kinder wählen zu können meine Seele ist nicht tyrannisch sprach da der König schon viel törichte Nachgiebigkeit habe ich aus falscher Scheu geübt auch jetzt fühle ich dass ich nicht weise handle dennoch sei es dir gestattet weib als Medea die gewünschte Frist erhalten hatte bemächtigte sich ihrer der Wahnsinn und sie schritt zur Vollführung einer Tat die ihr wohl bisher dunkel im Geiste vorgeschwebt an deren Möglichkeit sie jedoch selbst nicht geglaubt hatte dennoch machte sie vorher einen letzten Versuch ihren Gatten von seinem Unrecht und seinem Frevel zu überzeugen sie trat vor ihn und sprach zu ihm oh du aller Männer du hast mich verraten hast einen neuen Ehebund eingegangen während du doch Kinder hast wärest du kinderlos so wollte ich dir verzeihen du hättest eine Ausrede so bist du unentschuldbar ich weiß nicht meinst du die Götter die damals herrschten als du mir Treue versprach ist regieren nicht mehr oder es seien den Menschen neue Gesetze für ihre Handlungen gegeben worden dass du glaubst meineidig werden zu dürfen sage mir ich will dich fragen als wenn du mein Freund wärst wohin rätst du mir zu gehen schickst du mich zurück in meines Vaters Haus den ich verraten dem ich den Sohn getötet habe dir zu lieb oder welche andere Zuflucht weißt du für mich für wahr es wird ein herrlicher Ruhm für dich den neu vermählten sein wenn deine erste Gattin mit deinen eigenen Söhnen in der Welt betteln geht doch Jason war verhärtet er versprach ihr sie und die Kinder mit reichlichem Gelde und Briefen an seine Gastfreunde versehen zu entlassen sie aber verschmähte alles geh vermähle dich sprach sie du wirst eine Hochzeit feiern die dich schmerzen wird als sie ihren Gemahl verlassen hatte reuten sie die letzten Worte wieder nicht weil sie anderen sinnes geworden war sondern weil sie fürchtete er möchte ihre Schritte beobachten und sie an der Ausübung ihres Frevels verhindern sie ließ daher um eine zweite Unterredung mit ihm bitten und sprach zu ihm mit veränderter Miene ja und verzeih mir was ich gesprochen der blinde Zorn hat mich verführt ich sehe jetzt ein dass alles was du getan hast zu unserem eigenen besten gereichen soll arm und verbannt sind wir hierher gekommen du willst durch deine neue Heirat für dich für deine Kinder zuletzt auch für mich selbst sorgen wenn sie eine Weile ferne gewesen sind wirst du deine Söhne zurückberufen wirst sie teilnehmen lassen an dem Glücke der Geschwister die sie erhalten sollen kommt dabei kommt dabei Kinder umarmet euren Vater versöhnet euch mit ihm wie ich mich mit ihm versöhnet habe Jasun glaubte an diese Sinnesänderung und war hoch erfreut darüber er versprach ihr und den Kindern das Beste und Medea fing an ihn noch sicherer zu machen sie bat ihn die Kinder bei sich zu behalten und sie allein ziehen zu lassen damit die neue Gattin und ihr Vater diese Stulde ließ sie aus ihrer Vorratskammer köstliche goldene Gewänder holen und reichte sie dem Jasun als Brautgeschenk für die Königstochter nach einigem Bedenken ließ dieser sich überreden und ein Diener ward abgesandt die Gaben der Braut zu bringen aber diese köstlichen Kleider waren mit Zauberkraft getränkte giftige Gewande und als Medea heuchlerischen Abschied von ihrem Gatten genommen hatte harrte sie von Stunde zu Stunde des Boten der ihr die Nachricht vom Empfang ihrer Geschenke bringen sollte dieser kam endlich und rief ihr entgegen steige Tod als deine Söhne mit ihrem Vater das Haus der Braut betraten freuten wir Diener uns alle dass die Zwietracht verschwunden und die Versöhnung vollkommen sei die junge Königin empfing deinen Gatt mit heiterem Blick als sie aber die Kinder sah bedeckte sie ihre Augen wandte das Antlitz ab und verabscheute ihre Gegenwart doch Jason besänftigte ihren Zorn sprach ein gutes Wort da wurde ihr Herz von der Pracht gereizt es wandte sich und sie versprach ihrem Bräutigam in alles zu willigen als dein Gemahl mit den Söhnen sie verlassen hatte griff sie mit Begierde nach dem Schmuck legte den Goldmantel um setzte den goldenen Kranz sich ins Haar und betrachtete sie vergnügt in einem hellen Spiegel dann durchwandelte sie die Gemäche und freute sich wie ein kindisches Mädchen ihrer Herrlichkeit bald aber wechselte das Schauspiel mit verwandelter Farbe an allen Gliedern zitternd wankte sie rückwärts und bevor sie ihren Sitz erreicht hatte stürzte sie auf den Boden nieder erbleichte begann die Augensterne zu verdrehen und Schaum trat ihr über den Mund Wehklagen ertönte in dem Palaste die einen Diener eilten zu ihrem Vater die anderen zu ihrem künftigen Gatten inzwischen flammte der verzauberte Kranz auf ihrem Haupt den Feuer auf Gift und Flamme zehrten an ihr um die Wette und als ihr Vater jammend herbeigestürzt kam fand er nur noch den entstellten Leichnam der Tochter er warf sich in Verzweiflung auf sie von dem Gifte des mörderischen Gewandes ergriffen hat auch er sein Leben geendet von Jason weiß sich nichts die Erzählung dieser Gräuel statt die Wut Medeas zu dämpfen entflammte sie vielmehr und ganz zur Furie der Rachsucht geworden rannte sie fort ihrem Gatten und sich selbst den tödlichsten Schlag zu versetzen sie eilte nach der Kammer wo ihre Söhne schliefen denn die Nacht war herbeigekommen waffne dich mein Herz sprach sie unterwegs zu sich selber was zögerst du das grässliche und notwendige zu vollbringen vergiss unglückliche dass es deine Kinder sind dass du sie geboren hast nur diese eine Stunde vergiss es nachher beweine sie dein ganzes Leben lang du tust ihnen selbst einen Dienst tötest du sie nicht so sterben sie von einer feindseligen Hand als Jason in sein Haus geflogen kam die Mörderin seiner jungen Braut aufzusuchen und sie seiner Rache zu opfern scholl ihm das jammergeschrei seiner Kinder entgegen die unter dem Mordsstahl bluteten er trat in die aufgestoßene kammer und fand seine söhne wie schuldopfer hingewirkt medea aber war nicht zu erblicken als er in verzweiflung sein haus verließ hörte er in der luft ein geräusch über seinem haupte schutzte sich in sein schwert und fiel auf der schwelle seines hauses und fiel auf der schwelle seines hausen und fiel auf der schwelle seines hausen und fiel auf der schwelle seines hausen und fiel auf der schwelle seines hausen